InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von InSpectrum oder besser zum zweiten Teil der Folge zu Amato-Normativität. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und grey-ace. Ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Ja, ich bin noir, ich bin ace und demiromantisch. Manchmal sage ich dazu noch, dass ich aplatonisch bin. Ich komme aus Deutschland und ich bin 34 Jahre alt oder 35. Irgendwas, je nachdem wann die Folge rauskommt, das weiß ich gerade nicht. Hi, ich bin Delphine, Pronomen MMS. Ich bin, ja je nachdem, dann noch 25, wahrscheinlich 26. Ich bin auch aus Deutschland, aromace, agenderflux und ebenfalls weiß. Hallo, ich bin Gregor. Ich bin 45 und Sender aus Deutschland. Ich sehe mich als allosexuell und meine romantische Orientierung ist so ein Missing Link zwischen Beziehungsanarchist und Grauromantiker. Meine Pronomen sind er oder da und Vorname. Ja, und wir reden jetzt gleich weiter über Amato-Normativität und machen direkt dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Viel Spaß! Hier Finn aus der Nachbearbeitung. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Folge kam es bei uns zu Anspannungen bzw. läuft die Folge vielleicht nicht ganz so flüssig, wie ihr das von normalerweise gewohnt seid. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem und der Qualität des Inhalts, die soll dadurch ja nicht schlechter sein, der soll das nicht schaden. Ja, außerdem habe ich euch dann noch die Inhaltshinweise für heute mitgebracht und zwar sprechen wir im Zusammenhang mit dem heutigen Thema über Amato-Normativität, also auch über die Abwertung nicht-romantischer Beziehungen im Vergleich zu romantischen Paarbeziehungen. Außerdem sprechen wir über Amato-Normativität und Aceback-Feindlichkeit, aber auch über Romantik und Dating und über Heteronormativität und Heterotemporalität. Wenn du dich mit einem dieser Themen nicht wohlfühlst und bestimmte Stellen nicht hören möchtest, dann schau gerne in unsere Kapitelmarken. Dort steht ganz genau, wann wir über was sprechen und du kannst die einzelnen Stellen dann gezielt überspringen. Oder wenn du sie dir anhören willst, dann hör die Folge doch in einer Umgebung, in der du dich sicher und wohlfühlst, zum Beispiel mit einer Person, der du vertraust. Du kannst die Folge aber, wenn du möchtest, auch gerne komplett überspringen, dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen, aber das kannst du ja wie immer am besten einschätzen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, bevor wir jetzt auf die Konsequenzen von Amato-Normativität eingehen, möchte ich gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen, dass das ja nicht nur ein persönliches Problem ist, sondern eben auch ein strukturelles Problem. Und ja, ich würde euch einfach mal fragen, was euch so einfällt, wie sich Amato-Normativität strukturell in unsere Umgebung und Strukturen einschreibt oder da ausdrückt oder zeigt. Ich glaube, man kann schon allein damit anfangen, dass viele Dinge einfach auf monogame Partnerinnenschaften ausgelegt sind. Und man komisch angeguckt wird, wenn man da allein auftaucht. Beispiel Kino. Wie oft ich schon gefragt wurde, sind Sie allein? Ich sage, sehen Sie hier noch jemanden? Ja, ich gehe auch allein ins Kino. Oder Doppelzimmer-Einzelzimmer-Preisvergleicher könnte man da auch anbringen. Und weil einfach davon ausgegangen wird, dass Menschen in monogamen Partnerinnenschaften aufkreuzen, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dieser Plus Eins mitbringen und so. Darüber hinaus haben wir noch, dass der Staat monogame Partnerinnenschaften ja auch fördert. Durch zum Beispiel rechtliche Möglichkeiten, durch Steuervorteile, beziehungsweise Ehegattensplitting und so Sachen, eben auch durch rechtliche Grundlagen einfach, die für andere Beziehungsformen, also für andere Formen von Partnerinnenschaft, aber auch für Freundinnenschaften und andere Support- und Care-Netzwerke einfach nicht da sind. Weil diese anderen Beziehungsformen einfach als weniger wichtig und daher als nicht relevant angesehen werden in dem Kontext und davon ausgegangen wird, dass jeder ohnehin diese exklusive Partnerperson hat, die sich dann nur um den auch kümmern kann, im Fall des Falls oder so. Was natürlich neben Steuervorteilen dann auch zu sowas kommt, wie die eine Person in einer Partnerschaft muss zum Beispiel ins Krankenhaus und weil die beiden nicht verpartnert, heißt es ja glaube ich, sind oder verheiratet, hat die Partnerperson dann nicht die gleichen Rechte wie eben eine Person aus der Familie. Ja, oder stell dir vor, das ist nicht die Partnerperson, die da kommt, sondern das ist eine Freundin oder ein Freund. Und die Person ist aber mit der eigenen Familie so überhaupt nicht im Reinen und auch nicht verpartnert und hatte mit der Familie schon ganz lange keinen Kontakt mehr. Und jetzt stehen medizinische Entscheidungen an, die die Person nicht mehr selbst treffen kann. Derzeit ist es aufgrund von rechtlichen Regelungen nicht möglich, dass diese Befugnis an eine befreundete Person oder irgendjemanden einfach übertragen wird, soweit ich weiß. Aber hätte diese Person als Partnerperson, wäre das einfach die Aufgabe der Person oder auch hätte die Person Familie, selbst wenn sie sich mit der Familie überhaupt nicht versteht und die Familie vielleicht überhaupt nicht mehr beurteilen kann, was die Person in diesem Fall eigentlich wollen würde. Das finde ich halt eigentlich krass, weil man da richtig sieht, wie sich eine Hierarchie ergibt zwischen ganz oben romantischen Partnerinnenschaften, dann irgendwie Blutsverwandtschaft und dann Freundinnenschaften. Und das ist dann schon krass, weil nicht alle Menschen haben vielleicht da diese Partnerperson oder sind so nah ihrer Familie gegenüber und da braucht es, finde ich, eigentlich Regelungen, die da eine flexiblere Übertragung von Befugnissen ermöglichen und auch eine individuellere Übertragung von Befugnissen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir vielfach noch von alten Glaubenssätzen ausgehen. Ich denke, der Glaubenssatz, der hier zugrunde liegt, ist die alte Formel Blut ist dicker als Wasser, die in vielen Fällen jetzt auch nicht mehr stimmt. Denkbar wäre beispielsweise, dass Menschen eine Checkkarte mit sich herumtragen, gerne auch verschweißt, die dann fünf Personen nennt, denen umfassend Auskunft gegeben wird. Und die dann eben auch gegebenenfalls Pflegeentscheidungen treffen könnten. Aber so innovativ ist der Gesetzgeber im Augenblick noch nicht. Und ich bin mal gespannt, was mit den künftigen Regelungen, die ja aktuell geplant sind, dabei rauskommt. Ich finde es spannend, dass du sagst, das Blut ist dicker als Wasser zitierst, weil heißt das Sprichwort nicht im Englischen eigentlich vollständig oder zumindest habe ich es mal gelesen. Also das Blut des Bundes ist dicker als das Wasser in der Gebärmutter, oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich zumindest mal wo gelesen. Das finde ich ganz lustig. Aber ja, ich bin auch gespannt, was in den rechtlichen Regelungen, das sich da ergibt. Also zu dem Sprichwort muss ich sagen, ich kenne es nur aus dem Deutschen, da kenne ich das eben auch so, Blut ist dicker als Wasser. Aber wie gesagt, dem würde ich nicht unbedingt zustimmen. Was ich noch anführen wollte, ich bin mir nicht sicher, wie weit das geht, aber es gibt diese Patientenverfügungen zumindest, die man machen kann. Und eine gute, befreundete Person und ich, wir wollen die auch gegenseitig ausfüllen. Nur wir lassen es gerade noch schleifen und man muss das halt erst mal machen, dass das dann möglichst auch gilt. Weil ich habe halt bald keinen sonst mehr, der das für mich sonst übernehmen kann. Und die Partnerperson hat zwar eine Verwandtschaft, aber, äh, Partnerperson, Quatsch, befreundete Person, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Hat zwar eine Verwandtschaft, aber mit der möchte die Person halt keinen Kontakt haben. Und deswegen ist Patientenverfügung da dann schon sinnvoll. Voll, aber es ist ja auch nicht, dazu muss man mal kommen. Und das muss dir auch mal so bewusst sein. Weil normal machst du dir ja gar keine Gedanken darüber. Und ich stelle dir vor, eine Person hat das nicht gemacht. Und dann hat vielleicht irgendjemand die Befugnisse. Aber naja, ich hoffe, da kommt noch Besseres in nächster Zeit. Ich denke vor allem bei den Patientenverfügungen, du musst ja auch erst mal wissen, ähm, wo bekommst du da vielleicht Infos zuher, eine Vorlage, was muss da drinstehen. Im Gegensatz zu, ja, das ist meine Familie und die dürfen das einfach. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ja, oder meine Partnerperson eben. Ja. Ja, du musst halt eine Menge beachten. Und was mich auch ein bisschen stört, dass ich manchmal Entscheidungen in der Patientenverfügung fällen muss, über die will ich noch gar nicht nachdenken. Die sind halt erst im Moment, wenn es soweit ist, ähm, naja, zu entscheiden. Und das ist natürlich eine enorme Hürde. Also ich hab's schon einmal durch. Ich musste im Schnelldurchlauf für jemanden das machen, ähm, dass ich für die Person entscheiden konnte. Und nicht schön. Also ist nicht schön, weil wir sie vorher nicht hatten. Ja. Ja. Ja, dann kommt ja noch, also wenn wir vielleicht weitergehen mit was noch strukturell relevant ist, da kommt ja noch dazu, dass bei Beziehungen, also bei nicht klassischen Partnerinnenschaften, dass die dann ja auch angefochten werden können mitunter. Was, also im Sinne von, dass dann steuerliche Vorteilserschleichung oder so etwas vorgeworfen werden kann mitunter. Ähm, und das ist ja vor allem dann schwierig, wenn eine Person zum Beispiel die jeweilige Staatsangehörigkeit nicht hat. Also dann Aufenthaltsrechte in Frage stehen, weil Menschen vielleicht in einer untypischen Partnerinnenschaft leben, vielleicht nicht im selben Bett schlafen oder so was, oder vielleicht auch gar nicht zusammenziehen wollen. Genau, und ich denke, dann können wir zu den Konsequenzen kommen, oder? Zu den weiteren Konsequenzen von der Mathe-Normativität. Also eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind schon komplett drinnen, aber wir haben ja in unserer Umfrage auch gefragt, welche gesellschaftlichen Konsequenzen von Amato-Normativität so wahrgenommen werden. Und bevor wir an die Umfrageantworten gehen, die wir uns ausgesucht haben, wollte ich euch einmal fragen, was ihr eigentlich für gesellschaftliche Konsequenzen so wahrnehmt. Naja, das allererste ist einfach eine Konsequenz, dass man doch öfter als noch nicht reif wahrgenommen wird, weil ich mit meinen jetzt über 30 keine Beziehung habe, keinen Kinderwunsch anstrebe und so weiter, dass man irgendwie so ein bisschen immer raus ist. Das ist schon mal so eine Konsequenz, wenn ich das sagen darf. Weil man diese Meilensteine quasi auch nicht erreichen kann vielleicht oder vielleicht nicht erreichen möchte in manchen Fällen. Ich habe es ähnlich erlebt, dass mir Menschen schon signalisiert haben, dass mir eben die Erfahrung der Elternrolle fehlt. Mit 45 sind ja schon viele in meinem Alter, Väter und Mütter. Und dass man dann eben diese Erfahrung nicht macht, zur nächsten Generation zu gehören, sondern gewissermaßen immer das Kind seiner Eltern bleibt, weil man die darauf folgende Erfahrung der Elternschaft und Großelternschaft dann nicht macht und ja auch nicht nachholen kann. Ich sehe das wirklich so, dass man auch, also ich zum Beispiel selbst eine enge Beziehung zu meiner Mutter habe und tatsächlich auch immer der Sohn meiner Mutter bleibe und die andere Erfahrung, Vater zu sein, mir eben fehlt. Ich denke aber, dass man das wie alles zum Thema Beziehungserfahrung auch gut kompensieren kann, dadurch, dass man andere Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht dann wiederum Menschen, die eine Familie gegründet haben, verwehrt bleibt. Beispielsweise mehrere Ortswechsel oder auch eine Führungsposition auf der Arbeit oder dass man sich gewissen Herausforderungen gestellt hat, um die sich andere Menschen rumgewurschtelt haben. Und mich würde interessieren, ob du das wirklich so stark wahrnimmst, dass dir das so richtig fehlt, weil ich meine, ich bin viel jünger als du und ich kann natürlich nicht einschätzen, wie groß der Unterschied dann für mich irgendwann sein wird. Aber ich habe zum Beispiel zumindest bislang schon das Gefühl oft, dass ich schon zu einer nächsten Generation auch gehöre irgendwie. Und das ist natürlich was anderes, als selber Kinder zu haben. Aber ich habe ja auch Bezug zu jüngeren Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, die einfach nicht mehr wirklich, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie noch krass zu meiner Generation gehören oder wo zumindest ein signifikanter Altersunterschied da ist. Und man kann als Mensch ja unterschiedliche Beziehungen zur nächsten Generation von mir aus oder einfach zu jüngeren Menschen haben, in Form von Mentorship oder für jemanden da sein einfach und jemanden unterstützen. Ich glaube, meine Frage ist so ein bisschen, wie du den Unterschied wahrnimmst da. Ich meine klar, auch in der Wertung von der Gesellschaft wahrscheinlich. Was sagst du? Es ging da vor allen Dingen darum, dass ich auch wieder mit gewissen sozialen Erwartungshaltungen zu kämpfen hatte. Das hat mich in meinen 30er Jahren, als ich noch nichts von Amato-Normativität und Aromatik wusste, auch mehr bewegt. Dass ich da manchmal schon morgens gesessen habe und habe gedacht, ein Mann in meinem Alter sollte jetzt eigentlich Familie haben, eine Partnerin haben, auf Wohneigentum sparen und diese Rollen habe ich nicht gespielt. Das auf Wohneigentum sparen lag vor allen Dingen daran, dass ich in München gelebt habe und da kann man als Durchschnittsverdiener das einfach vergessen, auf Wohneigentum zu sparen. Jetzt in den 40ern ist es schon so, dass ich genauso sagen kann, ein Mann in meinem Alter wäre jetzt eigentlich schon geschieden und müsste mit einer Ex kämpfen, die ihm das Sorgerecht für die Kinder versucht zu entziehen. Und den Ärger erspare ich mir, indem ich halt eine Runde ausgesetzt habe und alleine geblieben bin. Wobei diese Haltung natürlich angefochten wird und zum Teil als sehr pessimistisch betrachtet wird im Bekanntenkreis. Wobei ich dann immer sage, das ist ein Szenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 33 Prozent. Und ich habe schon bei deutlich besseren Chancenverhältnissen Pech gehabt. Und wenn man die Lebensmitte erreicht hat, dann kann man das auch ein bisschen differenzierter sehen und sich sagen, vielleicht hätte es geglückt, vielleicht hätte ich aber auch Pech gehabt und würde mich jetzt in einer sehr unerfreulichen Situation wiederfinden. Und diesen Ärger habe ich mir auch erspart. Man kann das nicht prognostizieren, wie es gelaufen wäre, aber mit einer 33-prozentigen Wahrscheinlichkeit kann man sich immer noch sagen, zu den Leuten, die das getroffen hätte, hätte ich auch gehört. Und so ist der Kelch eben an mir vorbeigegangen. Und ich habe mich im Alleineleben jetzt sehr gut eingerichtet. Und da müsste schon einiges passieren, um daran noch etwas zu ändern. Spannend. Ich finde es halt persönlich einfach so richtig krass, wie das, also wie gesellschaftliche Erwartungshaltungen so funktionieren und wie dann andere Beziehungen, sei es nicht romantische Beziehungen zu Gleichaltrigen oder einfach auch Beziehungen zu jüngeren Personen, dann weniger wert sind scheinbar. Und das trifft vielleicht auch so ein bisschen an den Punkt, dass eben romantische Beziehungen so als Ziel angesehen werden, dass Non-Partnering-Personen, also Aro-Non-Partnering-Personen auch und aber auch Allo-Personen, die einfach Single sind, also Allo-Romantischen Menschen, dass die dann, wenn sie dauerhaft Single sind oder es aus irgendeinem Grund vielleicht nicht schaffen oder sich vielleicht trotzdem aus irgendeinem anderen Grund entscheiden, jetzt keine Partnerschaft mehr einzugehen oder keine PartnerInnen mehr zu suchen, dass die dann bestimmte Meilensteine vielleicht einfach nicht erreichen können und die von der Gesellschaft nicht als gleichwertig angesehen werden beziehungsweise eben dann deren andere Beziehungen nicht als gleichwertig angesehen werden. Ich finde das auch sehr krass, was da so für ein Unterschied gemacht wird und ich musste tatsächlich gerade an eine Situation denken, die zwischen meiner Mutter und mir aufgetreten ist. Ich habe mich vor einiger Zeit bei ihr geoutet und sie hat da eigentlich ganz gut reagiert, hat auch gesagt, dass sie mich immer lieben wird und dass das keinen Unterschied macht und so weiter, aber der Teil, an den ich mich gerade so erinnert fühlte, war, dass sie zu mir gesagt hat, Ich soll mich doch bitte, ich soll mich nicht davor verschließen, wenn ich denn irgendwann doch mal romantische Gefühle habe, weil das ja was Schönes ist und ich soll mir bitte die Möglichkeit nicht nehmen. Und ich finde, daran wird auch nochmal deutlich, dass romantische Gefühle und romantische Beziehungen höher gewertet werden als andere, weil ich habe schon enge Beziehungen zu Freundinnen und auch zu Familienmitgliedern, aber es wird halt nicht als gleichwertig angesehen in dem Sinne. Da sind wir dann eigentlich auch schon bei zwei Themen drinnen, nämlich einerseits beim Singulismus und andererseits aber auch bei der Arofeindlichkeit, also bei der Diskriminierung von Menschen auf dem aromantischen Spektrum und ein Stück weit haben wir auch Ace-Feindlichkeit, weil ja dann auch erwartet wird, dass romantische Beziehungen auch sexuell sind, aber weil eben davon ausgegangen wird, dass alle Menschen romantische Anziehungen finden und das so weit Standard ist, dass Menschen sich oft nicht vorstellen können, dass es anders sein kann oder dann eben Personen auf dem aromantischen Spektrum oft als kalt oder gefühlslos angesehen werden und dann gleich alle Gefühle oder Menschlichkeit abgesprochen werden. Oder auch, dass Aromantik, aber auch Asexualität dann auf Traumata zurückgeführt werden, wenn sich Leute gar nicht vorstellen können, dass das eigentlich was ganz Natürliches ist. Also Mensch ist halt einfach Aro oder ist Ace oder irgendwas anderes und sie sind aber der Meinung, dass da irgendwas vorgefallen sein muss, dass Mensch diese Anziehung nicht spürt oder ja, es kann auch vorkommen, dass zum Beispiel TherapeutInnen dann ja sowas sagen wie, das kann ja nicht sein, dass es dir nichts gibt, also so eine Liebe, eine Beziehung oder Sex, weil sie das dann auch noch vermischen, die Anziehung mit den Handlungen und den Aktivitäten und dann kann das auch noch dazu führen, dass sie versuchen wollen, das zu heilen, was natürlich nicht möglich ist und keiner Person vorgeschlagen oder bei keiner Person versucht werden sollte. Ja genau, oder wenn eine Person schon aus anderen Gründen in einer therapeutischen Behandlung ist, auch eventuell wegen Trauma oder auch wegen etwas anderem, dass dann oft romantische Gefühle oder das Eingehen einer romantischen Beziehung ja oft als Schritt am Heilungsweg gesehen wird. Und nun können Personen auf dem aromantischen Spektrum Beziehungen eingehen. Manche empfinden auch romantische Anziehung und oder Verliebtheit. Aber jetzt nun mal nicht jeder und manche wollen das vielleicht auch gar nicht oder es ist ihnen einfach nicht wichtig. Und dann ist das so ein Schritt auf dem Heilungsweg, der dann quasi nicht erreicht werden kann oder der dann vielleicht auch erzwungen werden muss und das ist ja auch nicht das Ziel. Die Schwierigkeit ist, dass ja tatsächlich das Fehlen sexueller oder romantischer Anziehung eben auch eine Folge von Traumata sein kann. Und das Problem ist im Augenblick noch, dass die Therapierenden eben häufig nicht wissen, dass es eben auch eine andere Deutung der Existenz ihrer Patientinnen und Patienten gibt, nämlich, dass diese aromatisch oder asexuell sein können. Und dieses Es könnte auch sich einfach noch nicht so sehr durchgesetzt hat und dann zum Teil Menschen wirklich über Jahre hinweg einen Selbstfindungsprozess durchmachen, bis sie dann wirklich irgendwann rausfinden, dass sie nicht krank sind und nicht traumatisiert. Auch mir ist es sogar schon in R.O.A.'s Communities passiert, dass Menschen zu mir gesagt haben, also deine starke Kritik an der romantischen Paarbeziehung könnte auch daran liegen, dass du irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht hast. Und dann war eben meine Gegenfrage, was ist daran eine traumatische Erfahrung, wenn man einfach die romantische Paarbeziehung als ein Glücksspiel kennengelernt hat, das obendrein nach Regeln aus der Zeit der Jäger und Sammler gespielt wird und man deshalb das einfach nicht so wichtig nimmt, wie die meisten anderen Leute es tun. Ich fand das nie traumatisierend, sondern einfach auch nur logisch. Ja, ich glaube, da ist es dann oft auch eine Frage, wie man das ausdrückt, weil natürlich ist die romantische Beziehung ein Lebensmodell, das für viele okay ist, aber es ist ja auch überhaupt nichts falsch daran, wenn du oder irgendjemand anderer sagt, entweder das brauche ich jetzt nicht unbedingt oder auch das möchte ich ja auch gar nicht. Das ist ja auch eine total legitime Entscheidung und um vielleicht wieder zurückzukommen zur Diskriminierung von Personen auf dem aromantischen Spektrum. Da kommt ja dann auch oft vor, dass da Glück abgesprochen wird, aber darüber haben wir ja auch schon mal geredet, glaube ich, vorher. Oder auch, dass dann einfach angenommen wird, dass romantische Liebe ganz viele Probleme wert ist, die manche Personen einfach, da sind wir jetzt vielleicht auch bei dem, was du gesagt hast, einfach auch nicht haben wollen. Oder jetzt auch gar nicht nur romantische Liebe, aber Partnerinnenschaften haben halt, wie jedes Lebensmodell, ihre Nachteile und ihre Vorteile. Und nicht jeder Mensch muss dieselbe Form von einer Partnerinnenschaft oder überhaupt eine Partnerinnenschaft führen. Und nicht für jeden Menschen ist das gleich, ob es das wert ist oder nicht. Aber gesellschaftlich besteht so ein bisschen der Eindruck, dass romantische Liebe so total viel aushält, dass total viel okay ist in Partnerinnenschaften, wo wir eigentlich auch sagen würden, hey, wenn das irgendeine befreundete Person wäre, dann würde ich sagen, ich finde das jetzt mal echt nicht okay, bitte verhalte dich ein bisschen anders. Oder so. Oder auch, das ist was, was du öfters sagst, Gregor, dass es, wenn es einmal nicht klappt und eine Person sich nicht sicher ist, ob sie das noch möchte, dass dann statt zu sagen, ja, überleg dir das, ob du das möchtest, oder wenn du es nicht möchtest, ist es auch okay, dass dann halt oft gesagt wird, du findest schon noch jemanden oder noch ein Versuch oder beim nächsten Mal klappt es oder sowas. Und das kann ich vielleicht zu einer Person sagen, die das möchte und von der ich weiß, die möchte gerne nochmal eine Beziehung eingehen oder die sucht jetzt auch einen neuen Partnermenschen oder mehrere. Aber ich kann das eigentlich, also das zu einer Person zu sagen, die nicht weiß, ob sie das will oder die sagt, hey, eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf, das ist dann schon so ein bisschen ungut. Also nicht nur ein bisschen, um ehrlich zu sein. Um da mal vielleicht einen Vergleich ranzuziehen, ist nicht ganz vergleichbar, aber vielleicht kann man sagen, wenn jetzt eine Person zum Beispiel keinen Saft mag und du sagst der Person dann, ja, aber du wirst noch einen Saft finden, den du magst, aber die Person kratzt das gar nicht, dass sie Saft nicht mag, dann ist es so, ja, du kannst das sagen, aber im besten Fall ist es einfach nur eine nervige Äußerung und im schlimmsten Fall ist es was, was ja immer wieder in eine Wunde reinhackt oder so. Also, und ich finde, das baut auch einen ganz schönen Druck auf. Also, ob du das jetzt zu aromantischen Personen sagst oder alloromantischen Personen, du wirst noch wen finden, impliziert ja auch, dass du suchen musst, dass du dich vielleicht auch mehr anstrengen musst und das ist ja schon, ja, das ist ja gar nicht so leicht. Ja, zumindest nicht, wenn man, wenn ich von der Person nicht weiß, dass sie weitersuchen möchte. Dieser Einwand, du wirst schon wen finden, ist auch insbesondere deshalb unfair, weil die Chance auf Erfolg beim Suchen und Finden der Liebe einfach auch sehr ungleich verteilt ist. Einige Leute brauchen nur, sich mal ins Nachtleben zu stürzen, ein paar anzulabern, schon haben sie den ersten Flirt. Bei anderen Leuten braucht es einfach Vertrauensbildung. Es dauert viel länger. Es müssen vielleicht auch irgendwelche Vorbehalte dann überwunden werden, sodass der eine Mensch eine 1 zu 10 Prozent Chance hat, jemanden Nettes zu finden, wenn er sich ins Nachtleben stürzt. Bei dem anderen Menschen ist die Chance vielleicht 1 zu 10.000 oder sogar 1 zu 100.000. Und gerade bei denen, denen das nicht liegt, immer wieder zu sagen, du musst es versuchen und irgendwann wird es schon klappen. Gerade bei den Leuten, die geringe Chancen haben, ist das auch eine sehr unfaire Art, denen ständig zu sagen, irgendwann klappt es und du wirst schon noch jemanden finden. Und was dann die Fehlschlagsquote der bestehenden Beziehungen betrifft, ist das vielleicht der größte Angriffspunkt gegenüber der Amato-Normativität. Und das hat sich auch schon durchgesetzt in der Allo-Allo-Szene, dass da Leute sagen, warum machen wir etwas, was so eine erhebliche Fehlschlagsquote hat, eigentlich immer noch zum Mittelpunkt unseres Lebens und als die beste und alternativlose Art der Lebensgestaltung. Also ich weiß nicht, ich finde, das kommt halt ganz krass darauf an, ob ich davon ausgehe, dass eine Beziehung ganz, ganz lang halten muss. Also in dem Moment, in dem ich akzeptiere, dass eine Beziehung nicht fehlgeschlagen ist, wenn eine Trennung passiert, in dem Moment ist es ja nicht so schlimm oder finde ich es viel weniger. Also ich meine, es ist natürlich persönlich dann immer noch schlimm, weil es nie toll ist, einen Menschen zu verlieren, den man gerne in seinem Leben haben möchte. Also vorausgesetzt, man möchte das auch wirklich und das alles. Also es kann natürlich manchmal, wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass es manchmal dann auch eine Erleichterung sein kann, aber auf die Situation beziehe ich mich gerade eher nicht. Aber auch wenn das persönlich noch schlimm ist, dann ist das nicht mehr der Fehlschlag im Leben oder so. Und dann sieht da die Sache schon ganz anders aus wieder. Ich wollte dazu noch sagen, also ich habe das jetzt zum Beispiel geschafft, meine zweite romantische Beziehung ist jetzt eine Freundschaft, eine sehr enge Freundinnenschaft und ich würde das nicht als Fehlschlag oder sowas sehen, weil ich glaube, in der klassischen Paarbeziehung, da hätte es gekracht. Wenn wir das wirklich versucht hätten, dann wären wir irgendwann richtig auseinandergegangen und hätten jetzt keinen Kontakt mehr. Und so sind wir beste Freundinnen inzwischen. Ich wollte eigentlich vorschlagen, ob wir dann mal zu den Antworten übergehen, aber ich glaube, Delfin, du willst noch was sagen, oder? Dann lassen wir Delfin noch reden und dann... Ich fasse mich auch kurz. Ich wollte nur hinzufügen, also das, was ihr beiden jetzt gerade gesagt habt, das wäre sowas, was echt cool wäre, wenn wir da hinkommen, dass ja eine Beziehung, die einfach nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, dann ist das halt so. Aber es ist ja leider so, dass es als Fehlschlag gewertet wird und das wird dann auch bei den Leuten die Schuld gesucht. Und ja, es führt dann auch zu Aussagen wie, ja, du hast dich nicht gut genug angestrengt oder das musst du auch aushalten, was natürlich ja auch sehr toxisch ist und zu ungesunden Beziehungen führen kann, womit sich dann auch wieder die Brücke zu der Aussage schlagen lässt, dass es eigentlich nicht nur für aromantische Personen wünschenswert wäre, wenn wir von diesen amatonamativen Vorstellungen wegkommen, sondern dass es einfach für alle ja, positive Auswirkungen haben kann. Aber jetzt dürfen wir gerne zur nächsten Folge, äh, zur nächsten Frage springen. Oder vorher noch die Antworten zur ersten Frage vorlesen. Darf ich? Gerne. Cool, danke. Dann lese ich vor. Die Unsichtbarmachung von Aros ihren Wünschen, Bedürfnissen und Ideen für Beziehungen. Die Möglichkeit, jederzeit, in jeder sozialen Hinsicht, links liegen gelassen zu werden. Die Idee, das wirkliche Glück sei das Private, einer romantischen Beziehung und die Welt außerhalb dieser, könne deshalb ja eher rücksichtslos sein. Denn all die Anstrengung und das Leid werden dann im privaten Glück belohnt und diese gebe Geborgenheit, Ruhe und Kraft. Glück und Zufriedenheit werden zur Privatsache erklärt und wer sich's dort nicht herholen kann, soll daran arbeiten. In etwa daten und irgendwann stellt sich das romantische Glück schon ein. Auf jeden Topf passt ein Deckelquatsch. Das finde ich sehr rücksichtslos und im eigentlichen Sinne asozial, weil sich die Ideen von Menschen als sozialem Wesen und Intimität hier auf die kleinstmögliche Anzahl einer Gruppe beschränkt, nämlich üblicherweise auf zwei Personen. Der Rest der Welt wird so zum Außen. Und das ist sehr traurig. Also ich finde das auch immer schade, dass das, wie jetzt hier beschrieben wird, dann bei Paaren dann tatsächlich so ist, dass das Glück nur in der Beziehung liegt und nicht außen rum. Und ich habe zum Glück jetzt auch wirklich andere Menschen kennengelernt, also auch Hallo-Allo-Personen, mit denen ich befreundet bin, die das ähnlich sehen wie ich, dass das ein Teil sein kann. Natürlich, das kann einen glücklich machen, aber man braucht auch das drumherum und den Support in einer größeren Gruppe. Und ich bin da echt froh, dass ich das erleben darf. Ich finde auch den Teil bezeichnend, dass die Welt außerhalb der Beziehung könne ja dann eher rücksichtslos sein, wenn alle das Glück in der Beziehung finden können. Das hat sowas von das System rundherum oder die Gesellschaft, die Umgebung, die müssen gar nicht irgendwie zufrieden machen, glücklich machen, etwas für die einzelnen Personen vielleicht auch machen, irgendwie zu einem positiveren Lebensgefühl beitragen oder beitragen können, sondern das ist alles Aufgabe dieser kleinen Bubble einer Familie. Das finde ich auch sehr krass. Ich würde vorschlagen, ich lese einfach noch eine Antwort vor. Dann mache ich nämlich einfach mal die nächste und zwar hat da eine Person geschrieben. Ich möchte später einmal Kinder haben, das ist aber als alleinerziehendes Elternteil nicht leicht, da ich auch in meiner Familie merke, dass es als etwas Schlechtes gesehen wird. Auch tue ich mich derzeit noch schwer, alleine etwas zu unternehmen, zum Beispiel essen, gehen, Kino, da überall suggeriert wird, dass man das mit anderen Menschen zusammen macht. Ja. Kann ich sagen, kenne ich, habe ja vorhin ein Beispiel gebracht. Also ich mache es trotzdem alleine, wenn ich das möchte oder ich nehme befreundete Personen mit, wie ich lustig bin. Ich war bislang immer nur mit FreundInnen im Kino, aber das liegt daran, dass ich allein nicht so ins Kino gehe. Das ist irgendwie nicht ganz so, ich meine, es ist nicht, dass ich nicht gerne ins Kino gehe, aber ich mache das irgendwie immer nur, wenn andere Leute das vorschlagen. Ich habe keine intrinsische Motivation oder so. Gut, ich habe intrinsische Motivation, ins Kino zu gehen. Ich gucke einfach gerne gute Filme. Und ehrlich gesagt, manchmal finde ich das sogar toll, das allein zu machen, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich den Film gesehen habe, dann lasse ich den gerne hinterher noch auf mich wirken und denke da ein bisschen drüber nach. Und wenn du dann Menschen mitgenommen hast, da habe ich so viele Menschen, also ich habe Personen, die labern gerne schon während des Films, das mag ich gar nicht. Und ich habe Personen, die labern mich direkt nach dem Film an, wo ich denke, gib mir mal wenigstens fünf Minuten, mich zu sammeln, bitte. Und da ist es dann auch manchmal schön, allein zu gehen. Tja, ich würde gerne noch den ersten Teil festhalten von der Antwort, weil da ja auch irgendwie wichtig ist, die Sache mit dem Stigma gegen alleinerziehende Elternteile und diese Annahme, ein Kind braucht ja zwei Eltern, beziehungsweise noch krasser, ein Kind braucht ja eine Mutter und einen Vater oder so, dass diese Annahme halt eigentlich einfach auch schädlich ist für alle Leute. oder alle Familien oder alle Elternteile, die diesem Schema nicht entsprechen im Endeffekt oder eben hier für eine Person, die gerne alleine einmal ein Kind großziehen würde. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, weil so ist ja schon in unserer Gesellschaft, dass alleinerziehende Elternteile schon teilweise stigmatisiert werden und dass da auch bisweilen der Vorwurf zu hören sei, dass dem Kind etwas fehlt. Und dann ist, ja, wenn ich das schon so mitbekomme, ist es natürlich auch nochmal, ja, als Person, die von vorne herein alleinerziehendes Elternteil sein möchte, vielleicht auch schwieriger, sich da vielleicht auch alleine mit diesem Gedanken anzufreunden und das anzunehmen und sich nicht beeinflussen zu lassen von diesen Meinungen von außen. Ja, beziehungsweise, ich meine, bei uns ist ja auch das Problem, also gut, es gibt Orte, da ist das noch viel, viel schlechter. Bei uns ist, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht, wie das mit den rechtlichen Unterstützungen aussieht für Single Parents, also für Single Elternteile. Und da wissen wir auch, dass in Ländern, wo das besser, wo dieses Support-System einfach besser ist, auch staatlich, dass es dort den Kindern und dem Elternteil dann auch wesentlich besser geht und auch einfach auch gut geht. Genauso wie Kindern, die mehr als einen Elternteil haben. Das heißt ja auch, alleinerziehend zu sein, nicht unbedingt, dass die Person einzige Bezugsperson von dem Kind ist. Es kann ja auch ein gutes Care-Netzwerk geben, dass die Elternperson sich aufgebaut hat oder zum Beispiel FreundInnen, die sich mitkümmern oder unterstützen. Also nur weil das Kind jetzt nur ein Älter hat, sagt das ja noch gar nichts darüber aus, wie viele Bezugspersonen da sind, die dem Kind auch ja eine Stütze sein können und einfach helfen können. Total, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht so bedacht, aber das stimmt ja auch total. Ja, ich würde zur nächsten Antwort gehen, wenn ihr fein damit seid. Gut. Eine Person hat uns noch geschrieben, viele Menschen sind in Beziehungen und Beziehungsmodelle, die sie nicht glücklich machen. Aber das gesellschaftliche Bild ist halt, dass Mensch als Single noch unglücklicher ist. Deshalb finden sie da nicht raus oder trauen sich nicht, andere Beziehungsmodelle auszuprobieren. Das zielt so ein bisschen auf das, was ich vorher auch gesagt habe, dass irgendwie bei einer romantischen Paarbeziehung dieser Vertrauensvorschuss so immens da ist und dass da einfach Dinge, die nicht glücklich machen oder die woanders vielleicht auch als unglücklich angesehen werden würden, akzeptiert werden, weil allein wäre es noch schlimmer. Oder wer weiß, ob das andere funktioniert. Oder das andere funktioniert vielleicht auch eh nicht. Das ist ja eh nicht gut oder so. Gerade bei zum Beispiel Polybeziehungen oder Freundschaft Plus, wo du ja oft das Vorurteil hörst, ja, das funktioniert ja eh nicht. Oder da ist dann eh irgendwer wieder noch unglücklicher. Und das ist ja auch daneben. Also klar, es sind Vorurteile. Aber dass man dann, dass Menschen dann lieber in einer unglücklichen Beziehung bleiben, weil alles andere noch unglücklicher ist oder allein zu sein auch noch unglücklicher ist, obwohl das für die Person vielleicht besser passen würde. Schwierig. Das baut wieder so einen Druck von außen auf, der auf die Person ausgeübt wird. Du musst jetzt das tun, was die Gesellschaft als besser ansieht oder besser wahrnimmt, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Also diese Verallgemeinerung finde ich auch nicht gut. Wobei ich sagen muss, ich kenne ein paar wenige Menschen, das ist wirklich so, die können einfach nicht alleine sein. Die brauchen immer ein paar andere Menschen an ihrer Seite. Aber das ist dann Einzelfall, sage ich mal. Das ist nicht die Allgemeinheit. Ich glaube, von der Allgemeinheit redet da ja auch niemand. Also klar gibt es viele Leute, die ohne Beziehung auch leben können und auch alle romantische Personen, die eine Zeit lang alleine sind und dann vielleicht wieder suchen oder sich aus anderen Gründen eben gegen eine Partnerinnenschaft entscheiden oder gegen eine romantische Beziehung. Aber auch wenn jemand sagt, ich will das gar nicht, kann das ja auch voll okay sein. Aber dass viele Menschen halt dann in unglücklichen Beziehungen bleiben, ja. Ist kein gutes Muster, definitiv. Aber ich kenne halt wirklich Menschen und das meinte ich auch, die können gar nicht alleine sein. Das geht gar nicht. Also ich weiß auch nicht warum, aber ja, ist leider dann bei denen so. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir das einfach nochmal so deutlich sagen. Finn hat es ja schon angefangen. Wir sagen gar nicht, wir wollen ja gar nicht irgendwem absprechen, dass Beziehungen gut sind und gut tun können und dass manche Leute auch Beziehungen brauchen, um glücklich zu sein. Es geht uns ja vor allem jetzt hier in der Folge auch nur darum, zu sagen, dass es nicht für alle ist und dass wir nicht als Gesellschaft eine Norm auf alle übertragen sollten und sagen sollten, alle brauchen das, um glücklich zu sein. Manche brauchen es und manche brauchen es nicht und alles ist valide. Um auch nochmal auf meine vorherige Äußerung zurückzukommen. Ich würde auch niemandem eine wirklich harmonische, von gegenseitiger Unterstützung geprägte Partnerschaft jetzt madig machen, genauso wie ich niemandem einen Lottogewinn madig machen würde. Da würde ich auch sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Da hast du den richtigen Riecher gehabt, welche Zahlen fallen und lass es dir gut gehen und gönn dir mal was, was du dir sonst nicht gönnen würdest. Nur wenn jetzt ein Lottogewinner anfängt und sagt, Lotto spielen ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Lebens und die Menschen sind einfach dazu verdammt, jeden Mittwoch und jeden Samstag in den Schreibwarenladen zu gehen und da ihre Lottoscheine auszufüllen, dann würde ich auch sagen, schlaf nochmal eine Nacht drüber. Und ich glaube, genau darum geht es jetzt auch in diesem Podcast uns allen und nicht darum, irgendwie anderen Menschen funktionierende Lebensmodelle abzusprechen. Total. Eine Antwort haben wir noch, die wir uns da rausgesucht haben und die lautet einfach ganz simpel, Heirat und Familie werden oft als Lebensziel dargestellt und Menschen, die einen anderen Weg gehen, sind sozial, rechtlich und finanziell benachteiligt. Darüber haben wir uns eigentlich auch schon unterhalten, über das Finanzielle weniger, aber natürlich mit einem Gehalt hast du einfach weniger Geld zur Verfügung als mit zwei oder in dem Fall auch mehr. Da fällt mir eine Situation ein, die ich mal hatte, also zum Thema finanziell. Ich hatte Interesse daran, zur Schulzeit, also theoretisch immer noch, aber das ist jetzt unwichtig, im Buchhandel zu arbeiten und habe da bei uns lokal im Buchladen einfach mal gefragt, wie das denn aussieht mit Ausbildung oder Studium und so weiter und so fort und dann kam irgendwann das Gespräch auch auf die finanzielle Seite des Ganzen und die Dame hat mir dann gesagt, dass der Beruf natürlich toll ist und sie ihn liebt, aber ohne ihren Partner könnte sie davon nicht leben und das finde ich auch ja eigentlich unmöglich, dass bei manchen Jobs einfach dann davon aus, ja weiß ich nicht, ausgegangen wird, aber du kannst sie halt je nachdem nur machen, wenn du noch Personen hast, mit denen du dann finanziell abgesichert bist oder eben, wenn du den Job machst, dann bist du vielleicht nicht unbedingt oder nicht zu jeder Zeit finanziell abgesichert. Ja, dann lasst uns vielleicht von den gesellschaftlichen Konsequenzen weggehen und noch einmal über die persönlichen Konsequenzen reden, die Amato-Normativität vielleicht bei uns hat oder für einzelne Personen. Also frage ich euch jetzt einfach mal direkt, welche Auswirkungen hat der Amato-Normativität für euch direkt, abgesehen von gesellschaftlichen und strukturellen Themen? Ich glaube, die kurze Zusammenfassung, die ich bei mir geben kann, unnötiger Stress. Und seit ich das weiß, stresse ich mich in der Hinsicht nicht mehr. Das ist, glaube ich, die Kurzfassung. Würde ich bei mir für mich auch unterschreiben, würde ich aber noch hinzufügen, dass es einfach auch ein Druck ist, der sich auf meine mentale Gesundheit ausgewirkt hat. Leider nicht im positiven Sinn, was dann vor allem während der Schulzeiten, wo die Themen Liebe und Schwarm, PartnerInnen und so weiter sehr präsent waren, dann zu so Gedanken führt, wie ich bin kaputt und mit mir stimmt was nicht. Weil ich bin anscheinend die einzige Person, der es anders geht als allen anderen. Was dann, je nach Person, dann auch noch dazu führen kann, dass vielleicht so etwas wie Suizidgedanken oder Versuche auftreten können oder auch selbstverletzendes Verhalten. Ja, beziehungsweise das ist ja auch etwas, was viele Personen auf dem aromantischen Spektrum auch kennen, dass man sich irgendwann mal fragt, was ist eigentlich falsch mit mir, dass ich so bin, wie ich bin oder dass ich mich nicht verliebe oder dass ich mir das nicht wünsche oder das nicht habe, was ja irgendwie alle haben. Also ich kenne das zumindest auch ganz gut. Bei mir hat das auch dazu geführt, dass ich rückblickend gesehen einfach versucht habe, der Vollständigkeit halber Sex- und Beziehungserfahrung zu sammeln. Ich denke heute, dass es eine Menge Leute gibt, die gar nicht unterscheiden können, ob sie nun tatsächlich nach Seelengefährten oder Seelengefährdinnen suchen oder eben auch eine Erfahrung machen wollen, die einfach zum Leben dazugehört, egal ob sie ihnen gut tut oder nicht. Und wir wären vermutlich viel, viel mehr Leute in der Error-Ace-Community, wenn sich alle Menschen diese Frage wirklich mal ehrlich stellen würden. Ansonsten sehe ich einfach die Amatonormativität als eine Ideologie, die wie jede andere gesellschaftliche Ideologie Gewinner produziert, die dann natürlich sagen, das muss jeder wollen und danach muss jeder streben, aber die eben auch, wie das Delfin ja sehr persönlich formuliert hat, einfach auch Verlierer produziert. Und wenn das Bewusstsein herrscht, auch in der gesamten Gesellschaft, dass vielleicht die Zahl der Verlierer dieser Ideologie zu hoch ist, denke ich mal, wird auch eine Bereitschaft sein, sich von dieser Ideologie dann mal freizumachen. Genauso wie beispielsweise ja der Kapitalismus mittlerweile heftig in der Kritik steht, weil wir genau diese Lektion gelernt haben, dass er viel zu viele Verlierer produziert. Hi, hier einmal Delfin aus der Nachbearbeitung mit einem kleinen Hinweis. Ich persönlich sehe mich zwar als Person, die durch die Amatonormativität einiges an negativen Auswirkungen erlebt hat und kann in diesem Sinne vermutlich auch als Verliererin bezeichnet werden. Insgesamt sehe ich aber nicht, mich nicht als Verliererin, sondern sehe mein Aro-Sein als etwas Gutes und etwas, worauf ich sehr stolz bin. Ich persönlich würde, glaube ich, noch hinzufügen, dass es ja auch ein bisschen schwieriger ist für alle Personen oder dass die nicht in romantischen Partnerschaften sind oder dass ich es auch schwierig finde, wie manchmal, wie ich mir als Person oder auch schon schwierig gefunden habe in der Vergangenheit auch, wie ich mir als Person so ein persönliches Support-Netzwerk aufbauen kann, weil ich von manchen Menschen das halt auch erlebt habe, dass dann plötzlich viel weniger Kontakt da war, wenn die irgendwie dann in einer romantischen Beziehung waren oder auch wenn ich an Personen denke, die sich so überhaupt nicht verpartnern, dann fällt da ja auch schon mal eine primäre Support-Person weg oder eben die Person, von der gesellschaftlich erwartet wird, dass sie die primäre Support-Person dann wäre. Und dazu kommt ja auch, dass solche Kernnetzwerke außerhalb von familiären Strukturen zu suchen und aufzubauen ja kaum Vorbilder hat in den Medien oder bei vielen wahrscheinlich auch im sozialen Umfeld, einfach weil überall nur romantische, exklusive Medien präsent sind, romantische, exklusive Beziehungen präsent sind und dass sich in diesen, ja, das Ganze, die ganze Care-Arbeit fokussiert und sich da nicht Leute von außen dazugeholt werden, sei es jetzt FreundInnen oder, ja, Personen, mit denen irgendeine andere Art von Beziehung besteht. Ja, ich würde dann sagen, schauen wir mal zu den Antworten, die wir noch haben zu den persönlichen Auswirkungen von Amatonormativität auf das Leben der Leute, die uns geantwortet haben. Und ich würde gleich mal die erste vorlesen. Und zwar wurde uns geschrieben, ich habe mal den Druck gespürt, mit einer Person eine romantische Beziehung eingehen zu müssen, wenn ich sie mag und sexuell anziehend finde. Invalidierung durch andere. Man sei irgendwie psychopathisch, emotional abgestumpft, nicht empathisch, ein Predator, also ein, ähm, naja, Raubtier, ähm, wenn man sich etwas wie eine Freundschaft plus oder dergleichen wünscht. Das hat eine aromantisch-allosexuelle Person geschrieben. Und ich kann das so ein bisschen nachempfinden, weil es einfach so für die, also, für die Dämonisierung von Sex ohne romantische Anziehung spricht. Und wo dann halt auch gesagt wird, ja dann, wenn du das nicht empfinden kannst und nur den Sex willst, dann ist das irgendwie böse. Oder als würden die Personen dann gleich überhaupt nichts mehr fühlen. Oder als wäre mir dann was falsch mit denen. Und bei Freundschaft plus zum Beispiel oder auch bei anderen nicht romantischen, aber sexuellen Beziehungsformen ist es ja auch oft das Thema, dass gesagt, ja das kann doch überhaupt nicht funktionieren und da ist doch dann immer irgendwer verletzt oder sonst was, was überhaupt nicht immer der Fall sein muss. Ich würde vielleicht noch eine vorlesen, wenn das für euch in Ordnung ist. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich hasse mich selbst manchmal für meine aromantische Orientierung, ich wäre gerne alloromantisch. Ich muss sagen, sowas zu lesen macht mich echt traurig. Ja. Und gleichzeitig ist es so, ist es schon irgendwo relatable, weil ich halt auch diese Momente hatte in meinem Leben, wo ich dachte, warum, warum bin ich so und was ist einfach falsch oder was ist eigentlich los? Ich kann da nur immer betonen, dass mit der Erkenntnis, aromantisch oder auf dem aromantischen Spektrum zu sein, keinerlei Verbote oder Verpflichtungen einhergehen. und es ist eben nur die befreiende Erkenntnis, dass man nicht mehr versuchen muss, noch länger vergeblich auf die ganz große Liebe zu warten. Und ansonsten stehen einem ja alle Möglichkeiten menschlicher Bindungen offen. Ich finde es nur fair, mit der Partnerperson dann zu besprechen, mit dem umzugehen, was man jetzt das emotionale Gefälle nennen kann. Denn wenn der eine meint, es ist die große Liebe und der andere immer jeden Tag darüber nachgrübelt, dann wird es etwas schwierig. Ansonsten ist eine aromantische Orientierung ja auch eine Möglichkeit, Situationen immer noch sehr nüchtern und sehr logisch zu sehen, wo andere Menschen von Liebe einfach blind sind. Und ich habe das mal mit einer Gen-Varianz verglichen, die dafür sorgt, dass man nicht betrunken wird, dann kann man sich trotzdem Wein schmecken lassen, nur man hält dann eben an diesem Abend länger durch als die anderen. Und daher sehe ich mittlerweile meine aromantische Orientierung eher als Superkraft, die mich dazu befähigt, auch in sehr emotionalen Momenten immer noch logisch zu handeln und dann auch möglichst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Total, das Problem ist halt leider, dass oft dann trotzdem von PartnerInnen erwartet wird, dass die andere Person auch verliebt ist oder auch ich liebe dich sagt oder solche Dinge. Aber ich glaube, da ist es vielleicht oft auch noch mehr Information, wenn Menschen wissen, das nicht alle Menschen das selber mögen oder genau das selber empfinden und die Beziehung aber trotzdem gleichwertig sein kann oder trotzdem da eine Wichtigkeit und Priorisierung stattfinden kann, wenn man das möchte. Ich kann vielleicht dazu mal sagen, also diese Priorisierung in der Hinsicht verstehe ich auch. Ich kann, ich verliebe mich ja, ich kann mich auch nur mit Menschen in eine partnerschaftliche Beziehung geben, begehen, wenn ich mich verliebe, anders kann ich das gar nicht, aber mir ist es jetzt nicht wichtig, dass die andere Person nicht romantisch liebt, sie muss mich in irgendeiner Weise mögen und ich selber, das habe ich glaube ich auch in anderen Folgen schon mal gesagt, ich tue mich schwer mit den Worten ich liebe dich, ich weiß nicht, da hängt mir zu viel Ballast drin, den ich eigentlich gar nicht brauche, aber ich glaube wir haben noch eine letzte Antwort, wann wir die vielleicht noch vorlesen. Ich wollte dir noch vorher kurz zustimmen, das mit dem Ballast und mit dem ich liebe dich und ich habe schon gemacht in meinem Leben, aber ich weiß nicht, da ist so viel drinnen und so viel drinnen daran, wie Menschen das Wort Liebe schon verwendet haben oder wie ich das Wort Liebe schon erlebt habe. Ja, genau, dann würde ich sagen, darfst du die Antwort vorlesen. Ich habe lange gedacht, dass ich dringend eine feste romantische Beziehung brauche, um vollständig unglücklich zu sein. Das ist schließlich das Happy End jedes zweiten Films. Auch heute ist es nicht einfach, von den vorgefertigten Studien, die über Dates bis hin zu Hochzeiten und Kinder reichen, abzuweichen. Das war eine Aro-Ace, Agenda, polyamore Person. Ich finde, in den letzten beiden Antworten, die wir jetzt hatten, ist viel drin, was bei mir auch eine lange Zeit zugetroffen hat, beziehungsweise dieses Denken, ich brauche eine romantische Beziehung, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich wirklich sehr viele verzweifelte Stunden oder eher Tage beziehungsweise Nächte verbracht habe und mir gewünscht habe, ich würde doch endlich normal sein und mich auch verlieben und ja, dieser Druck war da, aber auch dann dieses ich möchte mich anpassen, ich möchte so wie die anderen sein, was dann neben Verzweiflung bei mir dann auch dazu geführt hat, dass ich manche Nächte heulend verbracht habe, weil es eben so schien, als wäre mit mir irgendwas falsch. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es in meinem Fall irgendwie Hass war, dass ich anders war, es war mehr pure Verzweiflung. Insofern kann ich das mit dem Hass für mich nicht ganz unterschreiben, aber diese Verzweiflung war sehr groß und diese amatonomativen Vorstellungen, die einfach überall sind und dass wir diese Beziehungen brauchen und diese Anziehung brauchen, die haben bei mir nachhaltig sehr viel verändert und vielleicht auch kaputt gemacht. Ich hatte zum Beispiel in Bezug auf Freundinnenschaften, wenn die andere Person männlich gelesen war oder Mann war und wir uns gut verstanden haben, habe ich immer gleich gedacht, okay, oder hatte die Angst, die Person möchte vielleicht mehr von mir, möchte vielleicht eine Beziehung und nicht nur eine Freundin schafft und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich die Leute eher von mir weggestoßen habe, aus Angst, dass eine Freundschaft nicht möglich wäre, gibt ja auch dazu dieses tolle Sprichwort oder was man so sagt, Frauen und Männer könnten nie Freunde sein, was ich zumindest in meiner Jugend und Kindheit auch sehr oft gehört habe, auch in den Medien, was mich da auch nie richtig losgelassen hat und ich finde es so schade, weil ich glaube mittlerweile gar nicht, dass die Personen immer unbedingt mehr wollten als eine Freundschaft und es war halt einfach immer dieser Druck, diese Vorstellungen, die ja da leider mit reingespielt haben und ja so eine Abwehrhaltung verursachen, die ich auch immer noch nicht loswerde. dafür weiß ich aber mittlerweile zumindest das wird mir nichts kaputtes und dass ich gefestigter auch im Umgang mit anderen sein kann und mich nicht mehr in dem Maß beeinflussen lasse im Sinne von mir einreden lasse, wenn ich alleine bleibe, dann ja bin ich ein Leben lang einsam und unglücklich da weiß ich einfach das ist nicht so ja da bin ich dann gefestigter. Dann hatten wir noch eine letzte Frage in unserer Umfrage und ich glaube noch ein großes Thema denke ich für diese Folge und zwar war das wie wirkt Amato Normativ Intersektional auf dich und da ging es quasi um Amato Normativität in Intersektion mit anderen Themen und ich denke Noah möchtest du gleich eine Antwort vorlesen ja kann ich machen bei der ersten Antwort steht nach meiner Sicht hängt Amato Normativität eng mit Geschlechterrollen Bildern zusammen beispielsweise sei das Ziel und höchste Glück eines weiblich sozialisierten Menschen die Ehe und Kinder zu bekommen das bekomme ich sofern mit dass ich in ein Alter komme in dem die meisten Menschen in meinem Alter in festen Beziehungen sind und Mensch schon planen Achso Entschuldigung und manche schon planen den Rest ihres Lebens mit ihrem aktuellen Partnermenschen zu verbringen und meine Familie sich das ebenfalls für mich wünscht außerdem hängen für mich wie ich oben schon beschrieben habe Amato und Heteronormativität zusammen so jeder möchte eine Paarbeziehung und die ist bei allem außer ein paar wenigen Ausnahmen heterosexuell und zwei Personen die verschiedenen geschlechtlich gelesen werden werden sofort als Paar angenommen dem stimme ich zu also ich glaube auch dass es diese Intersektion mit Geschlechterrollenbildern gibt auch noch dass eben das mit dem das weiblich gelesenen Personen sehr stark zugeschrieben wird dass es eigentlich die Romantik ist die sie brauchen und wollen und auch eben dieses Kinder bekommen damit werde ich auch immer wieder konfrontiert und das finde ich oft auch sehr unangenehm einfach weil ich keine Kinder will und auch keine romantische Anziehung empfinde beziehungsweise mich halt auch nicht verliebe in meinem Fall und jetzt keinen intrinsischen Partner Innenwunsch hätte oder auch noch nie hatte in dem Sinne ja in dem Fall bringt wahrscheinlich Aromantik beziehungsweise aromantische Spektrum auch so ein bisschen Gender Rollen Klischees oder binäre Gender Vorstellungen so ein bisschen ins Wanken finde ich zu dem Thema passt noch eine andere Antwort ganz gut die wir bekommen haben und zwar aus irgendeinem Grunde scheinen Leute immer Verwirrung an den Tag zu legen wenn in einer Beziehung eine der Partner Personen trans oder nicht binär ist ich sehe dass in der queeren Community die alternative Beziehungsformen wählen wie QPRs einfach nicht die Form gesetzlichen Schutzes genießen können wie es Ehepartner tun ich habe den Eindruck gerade auf dem Aceback scheint das breiter vertreten aber wenn ich mich nicht irre ist das ja auch eine der Forderungen diverser Aceback Organisation an die Politik haben da nicht sogar ein paar Parteien damit Wahlkampf gemacht das kommt von einer demisexuellen grey romantischen Person ja aber die haben damit nicht unbedingt Aceback Personen getargetet würde ich mal behaupten aber leider nicht also schön wäre es aber ja das wäre eine Forderung und da wäre ich auch sehr dafür ja ich hoffe ja immer noch dass diese Verantwortungsgemeinschaft wie sie glaube ich genannt werden sollte kommt aber irgendwie ist es still geworden ja aber es ist generell so ein bisschen still geworden in dem Thema aber ja alternative Beziehungsform verwirren offensichtlich eine Antwort gibt es noch die mir recht die ich gerne auch noch vorlesen möchte und zwar hat eine Person geschrieben als behinderter Mensch ist die Annahme eher dass keine Person eine Beziehung mit mir will deshalb ist der Druck nach außen gefühlt noch größer die Person zu nehmen die sich erbarmt und trotz meiner ganzen Schwierigkeiten romantische Gefühle für mich zeigt dass ich das überhaupt nicht will spielt aber keine Rolle das finde ich das ist ja nicht nur bei Romantik ein Problem sondern auch bei Sexualität dass behinderte Menschen stark desexualisiert werden in vielen Fällen und denen dann quasi Asexualität oder Aromantik dann einfach direkt auch mal zugeschrieben wird obwohl das vielleicht nicht der Fall ist bei der speziellen Person oder bei einer speziellen Person aber gerade auch die Perspektive wenn denn dann eine behinderte Person aromantisch oder auch asexuell ist dass dann auch da ein gewisser Druck ist dass zu zeigen dass es anders ist vielleicht auch oder dass diese Vorurteile nicht stimmen oder in dem Fall auch eben eine Person zu nehmen die sich erbarmt also ich finde also steht unter Anführungszeichen aber die Annahme allein dass jemand eine behinderte Person nur lieben könnte indem er sich erbarmt das finde ich schon krass weil das ja irgendwie also es besteht die Annahme dass die nur die Liebe das dann wert machen könnte oder so das finde ich sehr absurd also richtig krass absurd nämlich und andererseits aber gleichzeitig die Annahme dass es das eben nicht automatisch wert sein kann oder dass die Person die Zuneigung nicht wert ist da ist doch irgendwas sehr sehr falsch damit oder verstehe ich was falsch ich glaube du erfasst das richtig also ich würde sagen das bedient so ein ja sehr schädliches Narrativ dass manche Personen oder Personengruppen einfach weniger liebenswert sind und ja die vielleicht glücklich sein sollten überhaupt wen abzubekommen wie immer so schön gesagt wird oder ja wo es dann immer gesagt ja ich weiß auch gar nicht wie es anders als ich finde diesen Ausdruck erbarmt ich habe den schon gehört so im Zusammenhang mit Beziehungen und das ist einfach es ist auf so vielen Ebenen falsch ja ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen wo eine Frau die aufgrund einer Erkrankung an einer Multiple Sklerose auch auf den Rollstuhl angewiesen ist tatsächlich von ihrem Freundeskreis das gleiche gehört hat da hieß es auch ja du sitzt im Rollstuhl du hast halt nicht so große Chancen auf dem Partnermarkt und du musst mal deine Ansprüche runterschrauben jetzt kommt jetzt kommt die gute Nachricht das hat sie nicht getan und sie hat dann eben gesagt wenn dem so sein sollte dann bleibe ich halt lieber alleine als dass ich dazu große Kompromisse eingehe und mich mit einer Partnerschaft abfinde die vielleicht so dritte oder sogar vierte Wahl ist und mich hat es sehr angesprochen diese Entscheidung dass sie das auch öffentlich in einer Reportage gesagt hat und bei mir ist es ähnlich natürlich kann man die Ansprüche zu hoch schrauben aber wenn man wirklich der Meinung ist man kriegt nur eine Beziehung ab die vielleicht so dritte oder vierte Wahl ist dann kann das Alleine Leben nicht nur ein Problem sondern auch mal die Problemlösung Es kommt eben immer darauf an was eine Person möchte aber einer Person zu sagen sie ist quasi einfach dritte oder vierte Wahl ist halt einfach falsch finde ich also ich weiß nicht ich würde das nie einer Person sagen das ist doch unglaublich verletzend auch und als hätte eine Person keine andere Qualitäten als ihre physischen Fähigkeiten das oder als müsste alles der einer Norm entsprechen ah ich finde das hat auch ganz weirde Implikationen für bezogen auf die Person die sich in Anführungszeichen erbarmt weil also entweder heißt impliziert dass die Person ist so ja quasi herzensgut dass sie das auf sich nimmt mit der Person zusammen zu sein oder aber es impliziert die Person hat keine andere gefunden und nimmt deswegen die andere als wie sagt man mal so schön Notnagel als ja ich kriege eben nur die Person ab also nehme ich die jetzt also ich finde das ist für beide Seiten eigentlich sehr herabwürdigend das so zu bezeichnen total und es zeigt wie halt diese Beziehungen und Menschen dann halt auch abgewertet werden es wird einfach ist einfach krass dass die Gesellschaft so ein Bild davon aufstellt wer liebenswert ist und wer nicht liebenswert ist und ja wer auf wen darauf aufbauend dann mehr Druck ausgeübt wird und auf wen nicht was ich auch daran bedenklich finde ist dass der Wert auf dem Partner Innenmarkt nach vielerlei Auffassung einheitlich gesehen wird und das denke ich mal ist ein großer Fehler nicht wenige von uns auch in der Arrow Ace Community haben ja nerdige Hobbys und diese nerdigen Hobbys wie zum Beispiel Science Fiction 70er Jahre Hard Rock Rollenspiel oder magischer Realismus können für einige Leute sehr nervig sein können Leute weniger attraktiv machen aber dann gibt es andere die dann sagen oh prima du liest auch magischen Realismus das habe ich ja noch nie von jemand anderem gehört und die meinen dann dass sie einen Seelengefährten gefunden haben und dementsprechend denke ich dass der Wert auf dem Partner Innenmarkt sicherlich nicht irgendwie mit einem allgemeingültigen Score festgelegt werden kann und vor allen Dingen ist es sehr diskriminierend das an irgendwelchen psychischen oder physischen Dispositionen festzumachen jetzt haben wir in dieser Folge schon über sehr viele Dinge gesprochen aber leider sind noch nicht alle Themen vor allem alle Intersektionen heute zur Sprache gekommen deswegen möchten wir an dieser Stelle kurz erwähnen dass es natürlich noch Intersektionen mit White Supremacy gibt also weißer Überlegenheit und Rassismus es gibt Intersektionen mit dem Cis Heteropatriarchat auf Abelismus sind wir gerade noch etwas eingegangen außerdem mit Klassismus mit Kapitalismus mit Hyper Amaton Normativität und ja das sind einfach Sachen die sich gegenseitig beeinflussen können begünstigen je nachdem festigen darauf werden wir heute nicht mehr eingehen aber in einer späteren Folge darauf zurückkommen Bevor wir jetzt zu einem Ende kommen stellt sich jetzt natürlich noch die Frage was wir denn so tun können und was denn die Möglichkeiten einer Koexistenz von Romantik und Aromantik sind ja Noah soweit ich weiß hattest du da eine Idee oder Gedanken dazu ich sag mal so ich hab das in dem Moment scherzhaft gesagt aber irgendwie stimmt's ja ich bin ja Demi romantisch und ich hab diese Koexistenz sowieso schon also hey Demi sein okay aber bitte nur halb ernst nehmen ich würde da den Vergleich ziehen zur Heteronormativität als ich als Kind in den 80er Jahren herangewachsen bin da war das in gewissen Teilen der Gesellschaft noch dominierend und als 1990 als ich immerhin schon zwölfer in der Lindenstraße der erste schwule Filmkurs gezeigt wurde da gab es tatsächlich insbesondere beim Bayerischen Rundfunk viele erboste Anrufe mittlerweile denke ich mal haben wir uns zu großen Teilen von der Heteronormativität freigemacht was ist jetzt passiert sind jetzt alle Leute schwul lesbisch und bisexuell natürlich nicht ein weit überwiegender Teil der Gesellschaft ist immer noch heterosexuell und sehnt sich nach einer monogamen heterosexuellen Paarbeziehung aber die Leute die eben nicht diesem weit überwiegenden Teil der Gesellschaft angehören haben jetzt die Freiheit andere Lebensmodelle zu verfolgen und sind seit einigen Jahren auch rechtlich abgesichert und das wäre auch so meine Vision wenn es uns eines Tages gelingt die Amatonormativität zu crashen da denke ich auch dass ein weit überwiegender Teil der Gesellschaft sich immer noch nach der romantischen Paarbeziehung sehen wird die Menschheit würde auch aussterben wenn das nicht passiert aber dass alle anderen die das nicht für sich als Lebensmodell sehen dann eben die Freiheit haben andere Modelle zu verfolgen anders glücklich zu werden und da vielleicht auch eine gewisse rechtliche Absicherung dann für solche Lebensmodelle möglich sind auch auch ich bin der Meinung eine Koexistenz zwischen Aromantik und Romantik ist möglich Hi hier Delfin aus der Nachbearbeitung zu Heteronormativität bezogen auf die queere oder auch LGBTQIA und P plus Community kann sicherlich gesagt werden dass wir uns von Heteronormativität frei oder zumindest ein ganzes Stück freier gemacht haben bezogen auf die Gesamtgesellschaft ist das leider noch nicht der Fall uns begegnen und beeinflussen überall immer noch heteronormative Vorstellungen im Prinzip leben wir ja auch schon in einer Welt also als Arusberg Person in einer alloromantischen geprägten Welt und wir kennen ja auch viele aromantische Personen und ich kenne auch viele alloromantische und das ist einfach möglich es funktioniert ja voll und es gibt ja auch gemischte Beziehungen zwischen mit alloromantischen und Aro-Personen oder Aro-Spec-Personen also wir leben ja alle gemeinsam ob die Menschheit aussterben würde wenn es keine romantischen Paarbeziehungen mehr gäbe dem würde ich glaube ich nicht so zustimmen weil eine romantische Paarbeziehung jetzt keine Voraussetzung dafür ist dass ein Mensch ein Kind bekommt oder zeugt die Frage ist halt in welcher Umgebung er es aufzieht und wie die Voraussetzungen aussehen was ich noch immer gerne bringe bei der Frage was sind eigentlich die Möglichkeiten wer auch der Vorschlag den Elisabeth Brake eben die Person die Amatonormativität als Begriff geprägt hat in ihrem Buch gemacht hat sie beschäftigt sich eben stark mit der Ehe und den Problemen im System der Ehe und dem strukturellen Problem dass dann andere Beziehungsformen benachteiligt werden und schlägt quasi vor ein System zu entwickeln und die Ehe so weit zu reformieren dass quasi verschiedene Berechtigungen und Befugnisse und eben diese ganzen rechtlichen Dinge die jetzt allein dem Ehepartner vorbehalten sind oder allein Ehepartner innen vorbehalten sind individuell und auch geteilt auf unterschiedliche Personen übertragen werden können also dass ich zum Beispiel sagen kann ja in diesem Fall wäre die Person das die Person die entscheiden könnte und bei anderen Dingen teile ich zum Beispiel und das fände ich eigentlich sehr gut also das ist noch ein radikalerer Vorschlag eigentlich als die der Vorschlag der Verantwortungsgemeinschaft was wir vielleicht als Einzelperson auch schon mal machen könnten bevor ja sowas wie Verantwortungsgemeinschaften oder anderes kommt wäre uns einfach mal zu fragen was wollen wir eigentlich sind unsere Wünsche und Sichtweisen kommen die tatsächlich von uns und wie werden die vielleicht beeinflusst und vielleicht auch warum habe ich den Wunsch nach zum Beispiel einer romantischen Beziehung und ist das mein eigener Wunsch und ja als Community nicht nur als Aceback Community als ganze große queere Community sollten wir vielleicht etwas von dem Love is Love Skandieren Wegkommen oder ähnlichen Aussagen und mehr für ja dafür dass wir alle frei leben können und für Gleichberechtigung und das nicht alles irgendwo an Liebe festmachen ja weil die Liebesfähigkeit oder auch die romantische Liebesfähigkeit aber auch eben Liebesfähigkeit generell eines Menschen nicht nichts darüber aussagt wie lebenswert dessen Leben ist oder wie gut dessen Leben ist oder wie diese Person ihr Leben gestalten darf und eben wir müssen glaube ich anerkennen was die Folgen von Amato Normativität sind also jetzt auch nicht nur für Personen auf dem aromantischen Spektrum sondern auch generell für alle Menschen für die ganze queere Community aber auch für alle anderen Menschen darüber hinaus außerhalb für alle nicht queeren Personen und ich glaube wenn wir das machen dann ist das eigentlich schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung wenn wenn wir das anerkennen dann können wir auch diese Politik von was lieben wir wen lieben wir aufbrechen und natürlich an die Politik was können wir tun die Gesetze ändern als erster Schritt der auch leicht umsetzbar ist wäre einfach mein Vorschlag uns generell von Formulierung wie alle Menschen wollen und alle Menschen brauchen und alle Menschen sehen Hinsicht nach einfach nicht mehr zu verwenden auch ich musste zum Beispiel als Pubertierender einsehen dass nicht alle Menschen Science Fiction Literatur leben das war ein harter Reifeprozess für mich aber das habe ich auch akzeptieren können und dementsprechend muss es einfach auch möglich sein dass bei gesellschaftlich populäreren Lebensformen man sich auch davon verabschiedet dass das für alle Menschen ihr Ding ist das ist finde ich schon mal ein ganz gutes Schlusswort in der Lexikon Ecke haben wir euch heute als Wort Beziehungsrolltreppe mitgebracht die Beziehungsrolltreppe beschreibt was in unserer Kultur in Bezug auf Beziehungen als Normativ oder auch als normal angesehen wird die Stufen auf dieser Rolltreppe die immer linear ist keine Abzweigung oder Umwege hat geben vor was in einer Beziehung wann passiert oder wann dran ist dabei ist wichtig dass das kein natürlicher oder schon immer dagewesener Weg ist sondern ein soziales Konstrukt ein Verständnis Beziehungen und Beziehungszielen die sich entwickelt haben und uns überall zum Beispiel auch in den Medien umgibt die erste Stufe auf dieser Rolltreppe ist das Kennenlernen und Dates haben das geht weiter auf der zweiten Stufe mit intensiver werdenden Gefühlen und Sex miteinander zu haben auf der dritten Stufe wird es dann offiziell eine Beziehung die Personen bezeichnen sich als Paar und sind monogam auf der vierten Stufe geht es dann weiter mit langfristigen Plänen einer gemeinsamen Zukunft die Familie kennenlernen und die Beziehung über andere zu priorisieren auf der fünften Stufe ist dann das Zusammenziehen das gemeinsame Konto vielleicht Haustiere und entweder davor oder danach die Verlobung was dann auf der sechsten Stufe in Heirat Kinder Eigenheim gipfelt genau und diese Stufen können natürlich auch so ein bisschen variieren also zum Beispiel wird es je nach Kultur und Kontext und auch bei uns jetzt mit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist es immer mehr möglich auf der Beziehungsrolltreppe zu sein zum Beispiel ohne direkt zu heiraten und dann trotzdem Kinder zu haben oder ein Eigenheim also da gibt es Variationen aber was da noch wichtig ist finde ich ist auch dass das quasi gesellschaftlich angenommen wird dass diese Stufen organisch sich auch entwickeln und dass es eben nur diese eine Richtung gibt und dass ein Aussteigen ab einer bestimmten Stufe ich glaube so ab Stufe 3 würde ich sagen oder 4 als Versagen der Beziehung gesehen wird was ja nicht damals was eigentlich nicht der Fall sein müsste also ich kann ja auch sagen wir hatten eine Beziehung und jetzt ist es aus und das ist gut aber das ist auf der Beziehungsrolltreppe meistens nicht möglich für die Kulturecke habe ich euch heute das Buch Minimizing Marriage von Elisabeth Brake mitgebracht das ist das Buch in dem Elisabeth Brake eben den Begriff Amatonormativität geprägt hat und das ist auf Englisch erschienen gibt es bislang leider nur auf Englisch im Grunde geht es darum dass sie sich mit der Ehe auseinandersetzt aus einer feministischen Perspektive eigentlich und betrachtet wie sehr die Ehe manche Person benachteiligt oder einfach ausschließt und sich dann die Frage stellt was kann eigentlich getan werden um diese Ehe so zu gestalten also sie ist nicht der Meinung im Gegensatz zu manchen anderen dass man die Ehe komplett abschaffen sollte sondern denkt dass man die reformieren kann und bringt eben einen Vorschlag dazu wie man die Ehe so gestalten kann dass sie weder queere Personen ausschließt noch Frauen systematisch benachteiligt und in dem Zusammenhang kommt sie dann auf Amatonormativität zu sprechen und beschreibt eben auch wie diese Amatonormativen Vorstellungen unser heutiges Verständnis von Heirat und Ehe auch prägen und auch die strukturelle Benachteiligung von anderen Beziehungen die eben nicht romantisch sind dadurch beeinflusst ist und alles in allem finde ich das ein sehr interessantes Buch also ich habe daraus glaube ich sehr viel mitgenommen beim Lesen und darum würde ich euch das auch allen weiterempfehlen und nun kommen wir zu unserer Abschlussfrage die wir uns ja immer stellen und zwar was nehmen wir aus der Folge mit fangen wir doch mal mit Finn an ja also ich glaube ich nehme mir aus der Folge so ein bisschen mehr Bewusstsein mit für den Zusammenhang zwischen Amatonormativität beziehungsweise Allonormativität auch und Ableismus also ich wusste vorher dass das ein Thema ist aber es ist mir gerade als wir die Antwort vorgelesen und uns damit beschäftigt haben noch mal mehr bewusst geworden wie falsch und schlimm und problematisch das eigentlich ist ja Delfin wie sieht es bei dir aus? ich nehme mir aus der Folge auf jeden Fall mit dass das Ganze ein viel größeres Thema ist als ich anfangs gedacht habe als ich hörte okay Folge zur Amatonormativität und ja dass es zahlreiche interessante und erschreckende Intersektionen gibt die wir auf dem Schirm haben sollten optimalerweise und auf die wir hoffentlich noch mal eingehen und ja liebe LGBTQ LNP Plus Community nicht love is love sondern freies und gleichberechtigtes Leben leider so ein schlechter Slogan müssen wir uns noch was überlegen kriegen wir hin fast Gregor hast du irgendetwas was du mitnimmst aus der Folge? meine Lieblingsband Uriah Heep würde einfach sagen I wanna be free vielleicht ist das ein Claim oder ein Slogan der ein bisschen griffiger ist das ist ein toller Slogan ja ansonsten finde ich es sehr schön dass uns speziell Delfin noch mal einen Eindruck davon verschafft hat wie hoch die Kollateralschäden sind die diese Ideologie namens Amatonormativität einfach mit sich bringt und wenn dafür ein bisschen mehr Bewusstsein wäre würden wahrscheinlich weniger Menschen dieser Amatonormativität auch so sehr anhängen ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich dass ich in dieser Folge zu Gast sein durfte und vor allen Dingen auch für die Möglichkeit in der Diskussion mal eine allosexuelle grauromantische Perspektive einzubringen die ja in der Aceback Community ansonsten immer sehr unterrepräsentiert dann bedanke ich mich jetzt gleich auch schon mal bei dir für dein dabei sein und für deine Perspektive und auch dein dich einbringen mit deiner Meinung und deinen Gedanken und ja vielen Dank und dann fragen wir noch Noa ob Noa sich irgendetwas mitnimmt also im Grunde das was Delfin gesagt hat mir ist echt diese Tragweite beim Vorbereiten und auch bei der Folge selber bewusst geworden dass das viel größere Ausmaße hat als ich ursprünglich gedacht hätte und eben auch die ganzen Intersektionen und ja ich finde es auch gut dass wir beschlossen haben dass wir da in anderen Folgen auf jeden Fall nochmal drauf eingehen werden ja dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und mir bleibt es noch mich zu bedanken erst einmal bei allen die unsere Umfrage ausgefüllt haben vielen Dank ihr habt wieder ganz viele interessante und bereichernde Antworten geschrieben auch wenn wir wie immer nicht alle vorlesen konnten aber vielen Dank und nehmt gerne wieder teil wenn wir eine Umfrage zum interessanten Thema machen ja dann beim Vorbereitungsteam dieser Folge waren abgesehen von mir Delfin Noah und Gregor war da auch noch Luna dabei vielen Dank an euch alle den Schnitt der Folge wird Melle übernehmen vielen Dank Melle auch für den Schnitt und für alle Mühen die du dabei hattest das ist ja manchmal anstrengender und manchmal leichter danke dir dann jetzt seid ihr dran wenn ihr Rückmeldungen habt zu dieser Folge Ideen wenn ihr wollt dass wir mal über etwas Bestimmtes reden oder ihr noch Gedanken zu dieser Folge habt dann meldet euch gerne bei uns ihr findet uns unter Inspektren.eu aber auch auf Instagram unter Inspektren unterstrich Podcast wir haben auch ein Facebook Twitter Mastodon und einen YouTube Channel aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt ja und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter Inspektren adgmx.net oder ihr findet uns auf dem Aceback German Discord Server dort haben wir einen eigenen Channel in den ihr schreiben könnt oder manchmal trefft ihr uns auch im Voice Chat ich würde mich freuen euch zu sehen jetzt muss ich aber noch Tschüss sagen Tschüss Tschau Tschüss Bis bald Tschüss 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 Tschüss